Mein Name ist Klaus Dörkmann. Mein Beruf? Journalist. Meine Leidenschaft? Der Blick hinter die Fassade. Mit akribischer Recherche, unkonventionellen Quellen und schonungslosen Fragen stelle ich meine Gesprächspartner auf den kritischen Prüfstand. Mein heutiger Gast? Wolfgang Bosbach. Der routinierte CDU-Politiker ist ein alter Hase im Frage-und-Antwort-Spiel. Danke für die Einladung. Nehmen Sie Platz. Doch heute trifft Bosbach auf einen würdigen Gegner. Herr Bosbach, Sie sind Politiker, Rechtsanwalt, waren lange Zeit stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der CDU. Deshalb gerade jetzt sehr wichtig, diese Frage. Wie sauer waren Sie, dass Bibi die Geburt ihres Kindes nicht gelivestreamt hat auf YouTube? Also da war ich schon sehr enttäuscht, denn das ist ja einer meiner bevorzugten Formate. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der ganz traurig war. Also Sie sind der Meinung, man sollte mehr Geburten livestreamen? Also wenn, dann das. Herr Bosbach, wie machen Sie Ihre Kumpir-Rezepte maximal Instagrammable? Ja, das finde ich wichtig, denn auch die Kumpels brauchen ja Rezepte. Kumpir. Vor allen Dingen am Grill. Dann ist doch gut, wenn man sagt, hey mal Kumpels, wir kommen mal zusammen, jeder zeigt mal am Grill, was er kann. Ah, Sie grillen Ihre Kumpir? Nein, wir grillen gemeinsam. Ah ja, und das bringt Ihnen vermehrtes Traffic auf Instagram? Ja, jedenfalls vermehrtes Traffic am Grill. Herr Bosbach, welcher Instagram-Filter passt am besten zu Ihnen? Sind Sie der eher Typ so monochrome? Oder sagen Sie, nein, ich bin ein bisschen ausgeflippter, ich nehme den Kelvin? Also der einzige Filter, den ich benutze, ist Melitta. Also der ist auf Snapchat eher, dieser Melitta-Filter? Ja, eher gar nicht. Also Sie machen Ihre Filter selbst, oder haben Sie das Team, das Social Media Team, das für Sie... Nein, ich versuche ja außerhalb des Kaffeetrinkens ohne jeden Filter zu arbeiten. Sie setzen also eher auf den Natural-Look, Hashtag-No-Filter, aber dann den Melitta drauf? Ja, eher weniger. Sehr schön, Sie beeindrucken mich schon jetzt. Herr Bosbach, was sind Ihre Must-Follows auf TikTok? Also ich nehme sie gerne, ich habe sie immer im Auto. Ich finde, wenn man aussteigt, da braucht man einen frischen Atem. Also ich meine, man darf ja keine Werbung machen, ja, aber TikToks gehören dazu. Herr Bosbach, Ihr Crush hat einen neuen, wie gehen Sie mit dem Liebeskummer um? A, Sie stalken Ihren Crush auf Insti, oder B, Sie machen ein dreiwöchiges Juice-Cleanse, oder C, weinen? Nee, ich bin eher Biertrinker. Also ein Juice-Cleanse. Das ist dann Bibi, Dagi Bee oder Kylie Jenner. Welche Influencerin hat die süßeste Lipgloss-Marke? Die wichtigste Influencerin in meinem Leben waren nicht die drei Damen, sondern Else Bosbach, meine Mutter. Else Bosbach. Die hat mich so beeinflusst wie niemand anderes, ohne Lipgloss. Else Bosbach hat keine eigene Lipgloss-Marke? Nein. Also man könnte vielleicht anfangen mit so einem cuten Poster in der Bravo, oder vielleicht so ein eigenes... Ich weiß nicht, ob das die Zielgruppe ist, wenn Mama ist 92, oder werde ich jetzt 92, ist eher die Apotheken umschauen. Verstehe. Ihre Lehrerin kassiert das Handy ausgerechnet an einem Freitag ein. Meine Lehrerin! Machen Sie. Also als ich noch zur Schule gegangen bin, da gab es ja gerade mal Tafeln, da wurde ja die Kreide erfunden. Kreide, ist das eine neue Plattform, oder ist das so ein TikTok-Filter, oder wie? Früher wurde auf Tafeln noch mit Kreide geschrieben. Also es ging mehr in Richtung Make-up-Tutorials, auf Kreide-Sätzen ein bisschen so Bleaching? Ja, eher weniger Bleaching, sondern Schreibung, ja, auf der Tafel. Ah ja. Also für Smoky Eyes, für cute Smoky Eyes, ein bisschen Lipgloss? Nee, nicht Lipgloss. Smoky Eyes. Tätowierte Jungs, hot oder flop? Ja, aber mega hot. Mega hot. Also alleine hier, Ed Sheeran ist ja dafür ein Beispiel, ist ja kein Quadratzentimeter mehr, der noch nicht zum Kunstwerk erklärt wurde. Ed Sheeran hat sehr cute Tattoos. Was ist da Ihr Lieblingstattoo? Also eindeutig der Löwenkopf. Ja, also der dominiert ja schon fast. Alles andere sind ja Randerscheinungen, aber dieser Löwenkopf, der ist so prägnant. Okay, interessante, ähm, interessante Meinung. Also, ähm, ich meine den, also so Kunstwerke wie den Hai, ähm, hier in der, unterhalb der linken Rippe als Beiwerk zu bezeichnen, finde ich ein bisschen radikal. Ein Hai ist ja bestenfalls ein Albino-Goldfisch, das können Sie auch nicht als Hai bezeichnen. Also der Löwe, das ist der König der Tiere, der ist jetzt auch kein Hai, das ist dann versehen. Der König der Tiere? Haben Sie einen Löwen schwimmen sehen? Wollen wir einen Löwen ins Wasser werfen und sehen, wie er da mit einem Hai es aufnimmt? Ich habe auch noch kein Hai in der Steppe gesehen. Da kann man gar keine zwei unterschiedliche Meinungen haben. Also wer da sagt, der Hai ist Hai, also ne, also Leute, ne. Also tut mir leid, da ist mir die Zeit zu schade für. Das ist in Ordnung, vielen Dank für das Interview, wenn Sie da ein Hai nicht... Also ne, tut mir leid, da kann ich nicht mit konform gehen. Ja, aber der Hai war viel cuter, nur dass Sie es wissen. Also wesentlich cuter. Vor allem die Platzierung, das war sehr subtil und man hat bis in den Feinrip gesehen. Unglaublich. Es ist unglaublich sowas. Also echt, der Löwe, will er mich verarschen? Hallo YouTube-Zuschauer, dieser begeisterte Gast von Shapira Shapira hat eine Botschaft für dich persönlich. Wenn ich könnte, würde ich es zweimal abonnieren. Abonniere jetzt!